Ja, heute ist ein super toller Tag für mich. Ich bin Bianca und arbeite jetzt seit zehn Jahren im Mini-Haus und feiere mein Jubiläum. Bin total glücklich, die ganzen Jahre schon hier zu sein und freue mich auf viele weitere Jahre natürlich. Habe mich damals fürs Mini-Haus entschieden, weil es einfach total das tolle Konzept ist. Auch das Bild vom Kind ist super, was mir persönlich auch sehr wichtig ist. Und bei der Besichtigung, als ich damals dann eingeladen wurde, habe ich einfach gemerkt, die Atmosphäre ist total toll. Ein ganz herzliches Team, auch das Haus an sich super modern, hat mir sehr gut gefallen. Und ja, auch weitere zehn.